Hallo liebe Freunde, hier ist wieder die Silbenfee mit einem neuen Beitrag. Heute starten wir mal mit einem Witz. Kommt ein Känguru in eine Kneipe und bestellt ein Bier. Der Barkeeper stellt ihm das Bier hin und sagt, das macht 8 Euro. Das Känguru zahlt, sagt aber nichts. Schließlich übermannt den Barkeeper die Neugier und er sagt, es kommen nicht viele Kängurus hierher. Sagt das Känguru, bei den Preisen ist das auch kein Wunder. Ja, hier handelt es sich um einen Witz, den der Anthropologe Elliot Ohring schon 1992 in einem Buch über Humor nacherzählt hat, an dem er verschiedene Dinge aufzeigt. Und nein, ich eröffne jetzt keinen Witze-Kanal. Dazu eigne ich mich nicht. Sondern ich will die Frage untersuchen, ob der Neandertaler Humor hatte. Ja, darum soll es heute gehen. Also lachen und lächeln konnte er mit Sicherheit. Zum Beispiel, wenn sich Neandertaler Kinder gegenseitig geneckt haben. Oder auch Erwachsene mit gleichem sozialen Status. Also natürlich hat keiner den Gruppenführer, den Clanführer gekitzelt. Das versteht sich ja von selbst. Aber es geht jetzt vor allem, also es geht um Humor und es geht um den Sprachwitz. Ja, die Bilder, die ich heute zeige, die sind alle aus dem Neandertal-Museum im Neandertal. Das liegt bei Mettmann in Nordrhein-Westfalen. Wo man ja, das habe ich euch schon gesagt, den Neandertaler damals gefunden hat. Also zunächst ja nur die Schädelkalotte. Das habe ich ja alles schon in meinem anderen Video über Neandertaler erzählt. Und da gibt es dieses Museum, wo man dann sehr schöne Rekonstruktionen, finde ich, vom Neandertaler gemacht hat. Hier ist mal eine andere. Ja, und das passt ja dann zur Untermalung ganz gut, dachte ich. Also, ob ihr es glaubt oder nicht, um diesen Känguru-Witz zu verstehen, also ich hoffe, dass den jetzt jeder verstanden hat. Also ganz sicher, bei euch habe ich da keine Zweifel. Aber da ist eine komplexe Gehirnleistung notwendig, die sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt. Also bei jedem Sprachwitz, nicht nur beim Känguru-Witz. Zum einen wäre da die sogenannte Theory of Mind. Darunter versteht man die Fähigkeit zu erraten, was jemand anderes denkt. Ja, und Menschen, die eine gut entwickelte Theory of Mind haben, können richtig vorausahnen, wie eine andere Person reagieren wird. Zum Beispiel, also eine weniger gut ausgeprägte Theory of Mind findet man beispielsweise bei autistischen Menschen. Deswegen, also auch nicht generell, es gibt auch hochbegabte Autisten, aber viele können eben über Witze, über die andere sich zu Tode lachen, nicht lachen. Das liegt an der Theory of Mind. Auch Menschen mit der psychischen Erkrankung Schizophrenie können aufgrund der weniger gut entwickelten Theory of Mind nicht über Witze lachen, lachen dann aber oft an Stellen, die andere gar nicht witzig finden. Ja, also das ist eben schon eine wichtige Gehirnfunktion. Wenn die beeinträchtigt ist, dann kann man eben Witze nicht unbedingt als solcher erkennen. Und man kann nicht drüber lachen, unter Umständen. Ja, und damit soll natürlich nicht gesagt werden, die Neandertaler waren autistisch oder sowas. Das ist ja logisch. Aber nur mal, um zu verdeutlichen, wie wichtig diese Funktion des Gehirns für den Humor eben ist. Also wenn Menschen darüber nachdenken, wie sie etwas sagen wollen, das nennt man die interpersonelle Kommunikation, also zwischen zwei Menschen die Kommunikation eben, dann stellen sie sich gleichzeitig vor, wie der Hörer reagieren wird, der, der es hört. Die möglichen Reaktionen des Zuhörers werden vorausberechnet, und zwar mit Hilfe vom Arbeitsgedächtnis. Das Witze erzählen erforderte möglicherweise immer schon eine kompliziertere Theory of Mind als die, über die die Neandertaler verfügten. Ja, also diese These stellen die Autoren meiner Quelle hier auf. Ja, also da komme ich später nochmal drauf zurück. Also sie konnten bestimmte Arten von Humor möglicherweise nicht schätzen oder selbst kreieren. Sie besaßen aber eine Sprache, das habe ich schon in meinem langen Neandertaler-Video gesagt. Sie hatten ja das Sprachgen Fox P2, das konnte man in den Funden nachweisen. Aber die Sprache hat sich von unserer Sprache, beziehungsweise überhaupt von der Sprache des Homo Sapiens, unterschieden. Wieso? Ja, also die Neandertaler, man geht davon aus, vieles ist natürlich auch Spekulation. Man greift bei vielem auf zeitgenössische Jäger- und Sammlergruppen zurück. Ich habe ja auch schon Videos über indigene Völker gemacht. Gut, das sind eher halbsesshafte Nomaden jetzt gewesen, die man sieht zum Beispiel. Aber also da stellt man dann Vergleiche an, um sich da eben ein Bild zu machen. Und die Neandertaler hatten viele verschiedene Wörter für Orte und Routen, weil das für sie wichtig war. Also wo treffen sich abends die Tiere zum Wassertrinken, an welchem Teich, da gehen wir da mal hin. Oder sowas in der Art. Außerdem für Techniken zur Herstellung bestimmter Dinge. Ich habe ja schon gesagt, sie haben das Birkenpech erfunden, die Neandertaler. Und sie hatten Worte für andere Lebewesen, klar, für die Jagdbeute zum Beispiel oder für untereinander sich zu benennen. Und für Emotionen. All diese Worte sind aber im Langzeitgedächtnis gespeichert. Nicht im Arbeitsgedächtnis. Und diese Worte sind wenig geeignet, um Witze mit ihnen zu erfinden. Und das ist nicht lustig dann. Man geht davon aus, dass ihre Sprache, jetzt zeige ich euch mal ein anderes Bild. Hier, der lächelt schon mal. Also das ist ganz klar, dass sie lächeln und lachen konnten. Das ist ja wieder was anderes jetzt als Sprachwitz und dergleichen. Also möglicherweise enthielt ihre Sprache besonders viele vorgefertigte Phrasen. So wie man die heute auch noch hat. Etwa, wer zuerst kommt, malt zuerst. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Solche Dinge. Das sind vorgefertigte Phrasen. Und man geht davon aus, dass sie sich viel mit solchen Phrasen untereinander verständigt haben. Da wusste direkt jeder, was gemeint ist. Dabei handelt es sich aber jetzt auch wieder um eine Spekulation eben. Weil der Schwerpunkt der Neandertaler auf der Wiederholung von Technologien liegt. Und sie wenig Innovationen hatten. Also das Birkenpech haben sie ja erfunden. Aber ansonsten, die haben durchaus über Jahrhunderttausende das immer gleiche wiederholt. Und teilweise schon genetisch vererbt. Also vererbt war das schon in den Genen. Also sie haben das Altbewährte immer wieder wiederholt. Weil sie damit gut zurechtgekommen sind. Sehr schön gezeigt wird das. Davon habe ich auch schon mal gesprochen. Jetzt habe ich euch das mal fotografiert. Das ist nach dem Roman von Jean M. Aul eine Verfilmung. Leider ist aus den sieben oder acht Büchern nur eines verfilmt worden. Gibt es auf DVD. Eiler und der Clan des Bären mit Daryl Hanna in der Hauptrolle. Die übrigens Autistin ist. Ja, tolle Schauspielerin. Hier sieht man sie. Und das kann ich euch nur empfehlen. Das ist natürlich eine Romanverfilmung. Das ist keine Doku. Aber die, also der, das ist ja ein Mann, Jean M. Aul. Ich denke, das ist eine Frau, das ist aber ein Mann. Also der hat sehr genau recherchiert über die Neandertaler und über den Gromagnon. Also der Roman ist in den USA entstanden in den 80er Jahren. Da hat man den Begriff Gromagnon in den USA noch benutzt. Heute noch. Bei uns ist er ein bisschen verschwunden. Sagt man, ist der Gromagnon ein früherer Homo sapiens. Also auf jeden Fall war das, ist der Gromagnon dem modernen Menschen zuzurechnen. Ich habe ja mal gesagt, ich denke, es ist eine Zwischenform. Aber wie dem auch sei, die Bemalung auch sehr schön. Ich habe ja schon mal gesagt, ich sehe eine Verwandtschaft zwischen Neandertalern und Kälte. Kälten haben sich genauso bemalt, wie Daryl Hanna das hier zeigt, zum Beispiel. Und gab es auch eine Oscar-Nominierung für das Make-up. Also die ist gar nicht teuer. Och, ich glaube 9,99 Euro, die war nicht teuer. Also die kann man immer noch bestellen. Dauert ein bisschen. Aber ja, und da wird das eben sehr schön gezeigt, wovon ich gerade gesprochen habe, dass die Neandertaler das Altbewährte immer wieder gemacht haben. Da kommt also beispielsweise neben vielen anderen sehr authentischen Szenen eine vor, wo der Clan, also der Clan des Bären eben, sein Gebiet verlassen muss. Die finden dabei die Eila, die ist ja kein Neandertaler, sondern die ist ja ein moderner Mensch, ein Gros-Magnon. Und nehmen die mit. Oder beziehungsweise die Medizinfrau nimmt sie eigentlich eher zum Missfallen des Clans mit. Neandertaler mochten Fremde nicht. Aber naja, wie auch immer. Und dann wächst sie da auf. Und während sie da wandern, weil ihr Gebiet diesem Erdbeben zum Opfer gefallen ist, sagt dann, also kommen sie in eine Gegend, die sie nicht kennen. Und dann sagt der Anführer in diesem Film, also der Anführer dieser Gruppe, kein Clan war jemals hier. Und prüft den Wind und prüft die Erde und ist ganz misstrauisch, weil dieses Gebiet nicht in der Überlieferung vorkommt. In der Neandertaler Überlieferung. Das meine ich mit, die sind auch immer die gleichen Wege gegangen. Und haben also mit das Einmalbewährte immer wieder weiterführen von Generation zu Generation. Das war eben Neandertaler typisch. Und hat ja auch gepasst, da die Umwelt sich ja auch sehr lange Zeit überhaupt nicht verändert hat. Warum hätten die auch da viel ändern sollen? Das macht ja gar keinen Sinn. Waren ja auch immer die gleichen Beutetiere und die gleichen Umstände. Also, wie gesagt, wenn ihr das, wenn euch Neandertaler interessieren, weiß nicht, ob es das auch auf Pluray gibt. Ich habe kein Pluray-Abspielgerät. Also, das weiß ich jetzt nicht. Dann müsst ihr euch mal erkundigen. Also, möglicherweise, davon gehen eben Anthropologen, Psychologen, Sprachforscher aus, wies die Sprache der Neandertaler einen ähnlichen Mangel an Erneuerungen auf. Wenn dieser Mangel an Erneuerungen mit der Verwendung vorgefertigter Phrasen zusammentraf, also vorgefertigte Phrase, wer zuerst kommt, malt zuerst und so, war das nicht gerade geeignet für das Erfinden und Erzählen von Witzen. Der Humor ist nämlich eine, wie gesagt, sehr komplexe Leistung des Gehirns. So, jetzt komme ich mal nochmal, wo habe ich, wo habe ich meine, meine, hier, Neandertaler. Ah ja, hier habe ich auch mal ein Beutetier. Das ist ein Steppenbison. Ja, also, ich habe ja schon gesagt, die haben Großwild gejagt. Das ist ein Pferd, wie es damals aussah. Die Tarpane, die sehen heute noch ganz ähnlich aus. Ja. Ah, das hier ist auch schön. Das ist mal eine ältere Neandertalerin. Also, da wird es nicht so viele gegeben haben. Also, 30 Jahre ungefähr war das Höchstalter. Dann 35 vielleicht mal, da waren die schon alt. Ja, so. Also, wir waren bei der komplexen Leistung des Gehirns, die dazu nötig ist, Sprachwitze zu erfinden, zu kreieren und auch zu verstehen. So. Also, einige Humorforscher meinen, dass das rekursive Denken, wenn nicht sogar die rekursive Sprache, eine wichtige Komponente des Witzeerzählens ist. Was ist das, rekursive Sprache? Ja, das ist die Einbettung von Nebensätzen in Hauptsätze. Also, meinetwegen, Der Junge, dessen Hund fortlief, ging nicht nach Hause. Dann wäre, dessen Hund fortlief, eingeschoben in den Hauptsatz, der Junge ging nicht nach Hause. Und die ganze Konstruktion ist rekursiv. Und aus Sicht der Humorforscher werden bei einem Witz über größere Distanz Abhängigkeiten zwischen einzelnen Elementen erzeugt, die man im Kopf behalten muss, bevor man die volle Bedeutung und den Humorgehalt des Witzes erkennt und schätzen kann. Das ist die Sache mit dem Arbeitsgedächtnis. Kommt ein Känguru in eine Kneipe, schafft demnach eine Abhängigkeit zwischen dem, was man darüber weiß, was Kängurus können, und dem, was man darüber weiß, was Kängurus nicht können. Nämlich in eine Kneipe gehen, sprechen, ein Bier bestellen und das Bier bezahlen. Und dann auch noch wissen, das Bier war zu teuer. Also, ich hoffe, ihr erinnert euch noch an die Bierpreise. Damals, als man noch in Kneipen gehen konnte, war natürlich 8 Euro für ein Bier zu viel. Im Moment kann man ja nicht hingehen, aber ihr könnt euch sicher noch erinnern. Also, 8 Euro ist zu viel für ein Bier. Und das Känguru bemerkt das. Und dieses ganze bizarre Nebeneinander von Tatsachen, die man weiß, muss man im Kopf behalten, eben mit dem Arbeitsgedächtnis. Und dann einander gegenüberstellen, um zu sehen, ob das Ganze Sinn ergibt. Tut es ja nicht in diesem Fall. Also, das macht das Gehirn automatisch bei uns. Da muss man ja nicht viel drüber nachdenken. Das läuft automatisch ab. Dann müssen wir eine Entscheidung fällen. Also, der Witz ist zum Beispiel, der Witz ist sehr verrückt, aber doch lustig. Und auf Basis dieser Entscheidung müssen wir uns dann noch bewusst oder unbewusst entscheiden, ob wir lachen oder nicht. Es spielen in dieser Hinsicht also eigentlich noch zwei weitere Funktionen des Gehirns eine Rolle. Erstens, das rekursive Denken, beziehungsweise die rekursive Sprache. Und zweitens, die exekutiven, also auch die ausführenden Funktionen der Frontallappen im Gehirn. Die Frontallappen sind für Aufmerksamkeit und Entscheidungsfindung zuständig. Weil man kann sich ja auch bei einem Witz dafür entscheiden, nicht zu lachen. Weil man vielleicht den nicht mag, der ihn erzählt hat, er will ihm keinen Gefallen tun. Oder findet den Witz vielleicht tatsächlich auch mal nicht lustig. Und dieser Unterdrückungsmechanismus, der beruht auf der Hemmung, also eine der wichtigsten exekutiven Funktionen des Frontallappens. Also damit wird die Entscheidung gefällt, lache ich oder lache ich nicht. Also, wie gesagt, der Humor ist eine wirklich komplexe Leistung des Gehirns. Ja. Und natürlich konnten die Neandertaler schon im frühen Alter lächeln und auch lachen. Das habe ich ja schon gesagt. Sie konnten sich auch necken und kitzeln. Das beschränkte sich dann aber auf die jeweilige Altersstufe. Also Geschwister, Kinder untereinander oder Vertreter des eigenen sozialen Status. Also man hat nicht den Clanführer gekitzelt. Vermutlich haben sie aber keine Sprachwitze erzählt. Aber wahrscheinlich hatten sie Clowns. Also jemanden, der angespannte Situationen auf Humor volle Weise entschärfen konnte. Wenn Clowns sich versammelt haben. Der Clown beschränkte sich wahrscheinlich auf physischen Humor. Dadurch konnte er alle beschriebenen komplexen Funktionen des Gehirns umgehen. Also die hochentwickelte Theory of Mind, das rekursive Denken, die exekutiven Funktionen, die Ausführungsfunktionen der Frontallappen und so weiter und so weiter. Also was ich gerade alles erklärt habe. Unpassende Handlungen, wie zum Beispiel absichtlich ins Herdfeuer zu treten, so zu tun, als habe man sich verbrannt und dann auf einem Fuß herumzuhopsen, könnte andere Neandertaler zum Lachen gebracht haben, ohne dass dazu verbaler Humor nötig gewesen wäre. Also so eine Art Slapstick-Humor, wie dick und doof, also Stan Laurel und Oliver Hardy. Kennt ihr sicher, war früher mal Kult, aber das kennt man eigentlich heute noch, kann man heute noch auf DVD auch ansehen, wenn man das möchte. Das ist ja überwiegend, das ist kein verbaler Humor, sondern das ist Slapstick. Also die machen ja solche ähnlichen Sachen, wie irgendwo reintretend oder es fällt ihnen was auf den Kopf und was weiß ich, also sowas. Und dann lacht der andere. Das ist damit gemeint. Und dieser Slapstick-Humor, der hätte innerhalb einer Gemeinschaft das gleiche Ziel verfolgt, wie anspruchsvolle verbale Komik. Also Witze. Das nehmen wir jetzt mal als anspruchsvolle, verbale Komik im Gegensatz zu Slapstick. So. Das geht aber auch ohne verbalen Sprachwitz. Und der Slapstick-Humor erfüllt also die gleichen Dinge, nämlich die Anwesenden zu beruhigen, Aggressionen zu entschärfen, den Stress des Lebens zu erleichtern und sich über dominante Individuen lustig zu machen. Das sind die Funktionen von Humor. Das geht auch ohne verbale Sprachwitz-Sachen. Gut, jetzt hat man eben als Belege, das habe ich schon mehrmals gesagt, ich sage es aber nochmal, hat man nur Hinweise auf solche Clowns, sage ich mal, bei zeitgenössischen Jägern und Sammlern. Also die heute noch als Jäger und Sammler leben, die haben solche Clowns. Die machen auch keine Sprachwitze. Oder selten, selten. So. Und, äh, ja. Nun muss man aber, nun muss man aber bedenken, also, äh, zuerst wollte ich den Beitrag nämlich gar nicht machen, weil ich dann dachte, hm, das hört sich so an, als wäre der Neandertaler ja doch intellektuell unterlegen, dem Homo Sapiens, weil er keine Sprachwitze, äh, wahrscheinlich keine Sprachwitze bilden konnte, äh, aber das war auch gar nicht nötig, äh, das erkläre ich jetzt. Ähm, was nämlich ganz wichtig ist, der Humor und die Gruppengröße. Den hatten wir schon. Hatten wir das schon? Das ist auch schön, finde ich. Der Neandertaler, also Humor und die Gruppengröße, das spielt eine ganz wesentliche Rolle. Der Neandertaler hat keinen verbalen Humor gebraucht, ich erkläre jetzt warum. Der Neandertaler lebte in viel kleineren Gruppen als der Homo Sapiens. Mhm. Also, ähm, wir erinnern uns, ähm, wer es gesehen hat, ich verlinke euch mein, äh, äh, erstes Neandertaler-Video nochmal hier unten drunter, da spreche ich über die Höhle von El Citron in Spanien, wo man, äh, Neandertaler-Überreste gefunden hat, und zwar von zwölf Personen. Das war der ganze Clan. Zwölf Leute, hm? Ähm, wobei die Frauen nicht miteinander verwandt waren. Ähm, das sag ich nochmal extra. Also, die hatten keine Inzucht. Das ist so ein Aussterbungs-Begründungs-Dings, ne? Ja, gut, aber das gehört jetzt nicht hierher. Es geht jetzt darum, man hat die Knochen von zwölf Personen gefunden. Männer, Frauen, Kinder und Jugendliche. Mehr nicht. Die haben dort zusammen geliebt. Das war der ganze Clan. Weil Humor aber dazu dient, das Auftreten zwischenmenschlicher Aggressionen zu verringern, wird klar, dass Humor in größeren Gruppen viel wichtiger war als in kleinen und deshalb für den Homo Sapiens wichtiger war als für den Neandertaler. Wobei ich auch den Homo Sapiens für aggressiver halte als den Neandertaler. Ähm, das kommt da noch hinzu. Das ist meine persönliche Ansicht. Halte den Neandertaler für friedlicher. Das habe ich auch schon mal ausgeführt. Aber, äh, wie dem auch sei, auf jeden Fall waren die Homo Sapiens-Gruppen viel, viel, viel größer. Ähm, also, ähm, Noah, äh, Juwal Noah Harari, den habe ich euch auch schon mal empfohlen. Ähm, der hat das Buch geschrieben, eine kurze Geschichte der Menschheit. Äh, unter anderem hat mehrere Bücher geschrieben, aber, äh, äh, das war, ähm, das erste, das, ähm, ist auch in 40 Sprachen übersetzt. Äh, der ist Professor für Geschichte an der Hebräischen Universität von Jerusalem und Mitglied der jungen israelischen Akademie der Wissenschaften. Äh, das ist also nicht irgendwer. Und der sagt, ähm, also das, äh, wer sich, äh, für die Menschheitsgeschichte interessiert, äh, sollte das mal gelesen haben. Ist auch sehr verständlich geschrieben, äh, braucht man kein explizites Fachwissen jetzt, äh, um das, äh, 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 verfolgen zu können. So, der Homo Sapiens lebte in Gruppen, also Harari sagt, der Homo Sapiens lebte in Gruppen bis 150 Personen. So, ne, das ist ja schon was anderes als zwölf. Vielleicht gab's auch mal Neandertalergruppen von 20 Leuten, also, äh, ähm, man muss sich jetzt nicht an dieser Zahl, das war der eine Fund in dieser Höhle, ne, man hat aber eben auch nicht so viele Gruppen gefunden, sondern halt überwiegend Einzelsklette von Neandertalern oder mal zwei, drei zusammen, aber, ähm, vielleicht gab's auch mal Gruppen von 20 Neandertalern und vielleicht sogar von 30, ne, kann ja sein. Aber 150 nicht. Ähm, äh, noch größer ging dann damals aber auch nicht, beim Homo Sapiens, mehr als 150 ging nicht, weil dann brach die Kommunikation zusammen. Also, äh, äh, in der damaligen Zeit. Die hatten ja kein Smartphone mit WhatsApp, ne, ist ja klar, also, äh, ähm, äh, die hatten auch, äh, die hatten noch, äh, äh, keine Hierarchie, ne, also der König sagt, wir machen dies, und dann gibt's, äh, 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 der, äh, Offizier gibt's dann an die anderen weiter oder sowas in der Art, ne, Offiziere gibt's sowieso erst in der Neuzeit, also, äh, wie dem auch sei, also noch mehr als 150, das geht nicht, dann können die nicht mehr miteinander kommunizieren, dann läuft die Sache schief. Aber man kann sich ja vorstellen, dass in einer Gruppe von bis zu 150 Personen, vielleicht waren da auch mal nur 100, ne, dass, äh, dass da viel mehr Spannungen auftreten als in so kleinen Gruppen. Deshalb war der Homo Sapiens auch darauf angewiesen, die Sprache zu entwickeln und Sprachwitze zu erfinden, weil, äh, dann reicht ein Clown nicht mehr unbedingt aus, äh, äh, bei so großen Gruppen, äh, der Neandertaler hat das gar nicht gebraucht, ne, also, äh, so viel, äh, Konflikte gibt's, äh, unter, äh, jetzt nehme ich nochmal die El-Citron-Höhle, zwölf Personen, so, so wahnsinnig viel Konflikte, äh, wie in, wie in so einer Riesengruppe, was gibt's da einfach nicht, ne, und deshalb, ähm, hat er, äh, auch keinen Sprachwitz auszubilden brauchen, ne, ähm, das war, äh, also das war eben gar nicht nötig, ne, eine größere Gruppe hatte eben viel mehr Konfliktpotenzial für gewaltsame Auseinandersetzungen und die Neandertaler hatten ausgeprägten verbalen Humor gar nicht nötig, ne, also so muss man das sehen, ähm, äh, weil sonst denkt man, aha, hoppla, der Neandertaler, äh, das Gehirn war ja doch nicht so weit entwickelt, also das Gehirn, ähm, ist genau gleich, äh, weit entwickelt wie das Gehirn des Homo Sapiens, nur einige Funktionen, äh, wie zum Beispiel das Arbeitsgedächtnis, äh, sind weniger intensiv genutzt worden, oder was ich jetzt alles erklärt habe, welche Gehirnfunktionen man für den, äh, Sprachwitz braucht, ne, äh, ähm, für einen, äh, für einen Slapstick braucht man das nicht, aber ich hab's ja jetzt ausgeführt, und, ähm, ähm, äh, dazu ist, äh, äh, sind schon bestimmte Gehirnleistungen nötig, die aber der Neandertaler ja auch, äh, gar nicht brauchte, sonst hätte er das sicher entwickelt, ne, der kam ja gut zurecht mit seiner, äh, mit, mit seinem, äh, Stammesclown, den er vermutlich hatte, weil der heutige indigene Völker, die noch als Jäger und Sammler leben, äh, haben das eben auch, davon geht man eben aus, ne, das hat er ausgereicht, warum hätte der jetzt da super Witze erfinden müssen, ne, und, ähm, ja, also das fand ich, äh, fand ich hochspannend, ich hoffe, ihr findet das auch so spannend, das hier sind jetzt mal, das ist, ähm, hier, äh, der Behang von dem Zelt, das ist aus der, ähm, Ausstellungsrubrik Pelze und Felle, äh, nee, Felle und Pelze, ähm, im Neandertalmuseum, das hier ist das Neandertal, auf einer, ähm, äh, alten, äh, auf einem alten Gemälde, äh, aus dem 19. Jahrhundert, da hieß das noch Hunsklippe, äh, also in dieser Umgebung ist, äh, sind die Überreste des Neandertalers gefunden worden, und, ach ja, das hier ist ein Kind, ist aber wohl ein Homo Sapiens, ne, gehört auch zur Rubrik Pelze und Felle, im Neandertalmuseum, äh, weil, äh, ja, die, die Nase, äh, ist zu fein, die müsste breiter sein, und, äh, äh, hat keine Augenwülze, ich denke, das ist eher ein Homo Sapiens, aber solche Fellkaputzen wird der Neandertaler sicher auch getragen haben, war ja, äh, also, äh, in der Eiszeit bietet sich das ja an, ja, hier ist mal ein Mädchen mit so einer Kopfbedeckung, äh, äh, ja, ich hab die mit aufgenommen, weil ich auch mal Kinder zeigen wollte, und ich immer nur, also in meinem anderen Video hab ich ja nur, äh, männliche Neandertaler gezeigt, das hier ist ein, äh, 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 ein Fell, äh, ein Fellkleid, ne, ja, ja, das hab, äh, das ist nochmal ein Detail, ne, wie ihr davor seid, ich hab ja gesagt, dass die Neandertaler nicht nur in Höhlen gelebt haben, ne, das kann man hier schön sehen, die haben sich also auch schon Zelte gebaut, wie später die Ureinwohner Nordamerikas, beispielsweise, ne, aus Häuten, Fällen, äh, so wie man es hier sieht, ne, Knochen, äh, äh, Mammutknochen, Tierknochen, ne, damit es auch hält, und, ähm, so wie man es hier, wie man es hier sieht, ne, ähm, ja, das ist, äh, ähm, äh, äh, ein Zopf, wie man annimmt, äh, dass der getragen wurde, ja, 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 das, äh, das gehört auch zu, äh, zu Pelze und Felle, ja, und der lächelt ja mal, weil, deswegen hab ich das, äh, äh, mit auf, äh, äh, mit aufgenommen, ähm, damit das, äh, damit er nicht denkt, der konnte, äh, äh, der konnte nicht lächeln oder lachen, das, äh, äh, das konnte er selbstverständlich, ne, ne, da wird sich schon amüsiert haben, wenn der Stammesclown da, äh, was weiß ich, sich da irgendwas auf den Kopf gesetzt hat, und wird übrigens, äh, so eine Humorszene mit physischem Humor, also körperlichem Humor, kommt auch in Eiler und der Clan des Bären vor, ähm, ähm, ja, äh, 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 sehr schön, sehr schön dargestellt. Gut, naja, ähm, also wie gesagt, ähm, ich glaube, ich bin jetzt auch, ja, das hab ich ja schon gezeigt, die Beutetiere, mal was anderes als das Mammutsch, ne, das kennt ja jeder, ne, ja, da ist er nochmal aus anderer Sicht, der lächelnde Neandertaler, schaue ich mal, wo ich durch bin, ich glaube, ich bin noch durch, ja, genau, na, Gott sei Dank. Also, äh, ich kann mich im Moment nicht so gut konzentrieren, das passiert mir sonst ja nie, dass ich immer das vergesse, so. Hab ich auch nicht. Wir sind durch mit den Fotos. So, dann bedanke ich mich fürs Zuhören, ich hoffe, ähm, das hat euch gefallen und, äh, euch interessiert überhaupt die Fragestellung, ähm, ob der Neandertaler Humor hatte und ob er Sprachwitze bilden konnte, äh, ob es sowas gegeben hat in den Neandertalerlagern oder, äh, 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 auch in den Höhlen, also die, äh, die haben schon auch mal in Höhlen gelebt, aber nicht nur, ne, deswegen betone ich das immer so. Ja, dann, äh, freue ich mich, ähm, über ein Däumchen hoch und, äh, über, äh, Kommentare natürlich, schreibt mal, ähm, äh, schreibt mir mal, äh, was, äh, was ihr davon haltet, dass der Neandertaler keine Sprachwitze entwickeln konnte und Clowns aber gehabt hat mit Slapstick und so und, äh, begrüße noch die neuen Abonnenten, äh, natürlich und, äh, freue mich über jeden weiteren Abonnent und bis zum nächsten Mal, eure Silbenfee.